Hallo und herzlich willkommen bei Moor Protection und Wien, unser Blog für deine Sicherheit. In diesem Video beschäftigen wir uns mit einer sehr spannenden und überlebenswichtigen Thematik, dem taktischen IFAC, welches abgekürzt Individual First Aid Kit bedeutet. Vorab muss ich hier erwähnen, dass sämtliche Anwendungen bzw. einiges an notfallmedizinischem Equipment, welche ich dir hier vorstelle, ausschließlich vom geschulten Medikpersonal bzw. Rettungssanitätern aufwärts vorenthalten sind. Ich stelle dir hier mein kleinstes taktisches IFAC vom Hersteller Warrior Assault Systems vor, welche ich mit dem notwendigsten Inhalt zur taktischen und somit raschen Notfallversorgung ausgestattet habe. Tatsächlich habe ich dieses auch im professionellen Einsatz in Verwendung. Warum habe ich mich für dieses entschieden? Ich habe lange nach einem für mich passenden kleinen IFAC gesucht, welches mich im Einsatz auch eventuell unter einem Anzug verwenden kann und wo ich meine Standardausrüstung zur Notfallversorgung gut unterbringen kann. War gar nicht so einfach. Das IFAC von Warrior Assault Systems erfüllt alle meine Ansprüche, Qualität auf höchster Ebene und gerade ausreichend genug Platz für eine sinnvolle Standardausrüstung. Ideal für meine Verwendung. Die Tasche verfügt über ein Molle-Schlaufen-System. Sowohl zur Befestigung am Gürtel, am Chest-Rig oder an weiteren mit diesem System kompatablen Taschen und Rucksäcken. Als sehr nützlich sehe ich auch die Halterungen an den Seiten. Hier findet weitere sinnvolle Ausrüstung ihren Platz. So wie hier in meinem Fall. Ein Turnikey auf der einen Seite sowie mein EOD Weatherman und ein Knicklicht auf der anderen Seite. Hier könnte ich mir in Zukunft auch das Combat Light Shield gut vorstellen. Benötigt eigentlich kaum Platz und das Gewicht ist minimal. Gewicht spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Komplett eingeräumt, so wie du es hier vor dir siehst, kommt mein IFAC auf knapp 1,2 kg. Obwohl sich nur die Standardausrüstung darin befindet. Natürlich kannst du die gekoppelten Taschen zwecks Gewichtverlagerung auch einzeln und individuell montieren. Zur Tasche selbst, gut erkennbar, sicher verstaut und gesichert mittels Druckknopfes, befindet sich meine Traumaschere an der Rückseite, um einen schnellen und einfachen Zugang zu ermöglichen. Das Warrior IFAC verfügt über einen Gurt, welcher beim Packen unter die medizinische Ausrüstung gefädelt wird und ermöglicht somit ein nahtloses und rasches Ziehen des Inhaltes. Kommen wir nun zum tatsächlichen Inhalt. Ein Easy Bandage, quasi ein Universalverband für viele Anwendungsmöglichkeiten. Eine Rolle Leukoplast, ich verwende ausschließlich das Original. Ein Wendeltubus zur Sicherung der Atemwege. Eine Rettungsdecke zur Erhaltung des Wärmehaushaltes des Körpers, wird leider sehr oft unterschätzt. Im gleichen Beutel befindet sich auch chirurgisches Nähzeug, sowie Butterflypflaster und zwei Wundkompressen für kleinere Wunden. Ein Combat Chaos für besonders starke Blutungen. Damit kannst du auch wirklich sinnvoll Wundpacking durchführen. Eine spezielle Beschichtung aktiviert diese bei Kontakten mit Blut körpereigene Enzyme zur Blutgerinnung und beschleunigt so die Blutstillung. Zudem besitzt das Quick Cloud die nützliche Eigenschaft, dass es röntgendetektierbar ist und in weiteren medizinischen Schritten am X-Ray sichtbar gemacht wird. Bei Anwendung muss immer ein Druckverband angelegt werden. Dazu eignet sich das Easy Bandage hervorragend. Eine Packung Chest Seal zur Versorgung offener Thoraxverletzungen nach Schuss- oder Messerverletzungen. Eine Packung beinhaltet, so wie in meinem Fall hier, zwei Stück. Eine mögliche Austrittswunde kann somit ebenso rasch versorgt werden. Natürlich dürfen auch Einweghandschuhe nicht fehlen. Zusätzliche Easy Bandage verstaue ich je nach Platzoption in der Einsatzbegleitung, sprich in den Hosen- und Jackentaschen. Eine kurze Absprache im Team diesbezüglich halte ich für sehr sinnvoll. Das Zusammensetzen der Tasche werde ich euch hier ersparen, da es etwas mehr Zeit beansprucht, um alles wieder ordentlich zu verstauen. Darum geht es hier aber gar nicht. Wichtig ist es, dass du es dann rasch griffbereit hast, wenn du es auch wirklich benötigst. Natürlich musst du auch darauf ausgebildet sein und regelmäßig Fortbildungen besuchen. Auch hierbei gibt dir Moor Protection wertvolle Hilfestellungen. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Combat Light Shield im Nachteinsatz. Hier bereits gut erkennbar, lässt sich die Leuchtkraft sowie der Leuchtwinkel des Knicklichtes stufenlos und individuell durch eine Drehbewegung einstellen und kann wie eine Art Tarnlicht verwendet werden. Die Minimalbeleuchtung in Verbindung mit einem Nachtsichtgerät ist mehr als ausreichend. Im Video vielleicht nicht gut erkennbar, verfügt es über genug Leuchtkraft, um es nützlich einzusetzen. Übrigens die Farbbedeutung der Knicklichter findest du ebenso in unserem Blog unter www.moorprotection.win. Alle genannten Artikel, welche wir natürlich auch selbst in Verwendung haben, habe ich für dich wie immer hier verlinkt. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen. Lass einen Daumen da und abonniere den Kanal für mehr Sicherheit in deinem Leben. Teile uns auch deine Meinung in den Kommentaren mit. Ich bin sehr gespannt darauf. Für moorprotection.win, mein Name ist Tom Moore. den löser